Hallo Jungfrau, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für den Monat September steht, ja? Schauen wir mal zusammen Jungfrau. Schauen wir mal zusammen. Gerade sehe ich die Nummer 222 in meine Ur-Anschungfrau. Ja, möchte ich dir lieber zeigen. Die Nummer 222 zeigt sich. Denkst du im Moment. Du bist der Nummer 18-Jahre. Die Nummer 222 zeigt sich. Ich möchte meine Zeit, ich möchte noch einen Jahr die Nummer 234! Die Nummer 233 zeigt sich. Ich möchte euch den Zugverliebten. Vielleicht sind wir die Nummer 234? Das lassen wir deine Nummer 235? Ich möchte euch das machen. Und ich möchte euch den Zugverlangen. Ich möchte die Nummer 234? Der Zugverlangen an. Kasach. Ich möchte euch den Zugverlangen an. Jungfrau, bevor ich das vergesse oder verpasse, ich möchte dir alles Gute zum Geburtstag wünschen. Wenn du heute Geburtstag hast, oder vielleicht hast du dein Geburtstag gehabt, für die, die jetzt die kommende Woche, wie gesagt, Monat September, Geburtstag haben, alles Gute zum Geburtstag, feiert schön, viel Gesundheit, Liebe und Glück für dich, möchte ich dir vom Herzen wünschen, Jungfrau. Und jetzt machen wir weiter, ja. Hinter dem Deck, was für eine Energie hast du, Jungfrau, eine starke Energie, tatsächlich. Eine starke Energie hast du. Hinter dem Deck ist eine hohe Priesterin. Stehen Sie schon Fische oder Krebs? Die hohe Priesterin ist eine interessante Energie, weil wir reden über einen wichtigen, großen Arkana, Nummer zwei und wir reden hier über viel Weisheit, viel Erfahrung. Wir reden über eine alte Seele, eine Person, die sich weiterbildet, eine Person in einem spirituellen Weg. Das ist die hohe Priesterin. Wir reden über die Intuition bei dir, Jungfrau. Und ich muss dir sagen, tatsächlich, die Intuition ist bei dir im Monat September sehr, sehr stark zu sehen, zu spüren. Natürlich kannst du auch mit so einer Person zu tun haben, weil das ist die Energie für den Monat September. Also deine Energie oder sogar, dass du auch mit so einer Person zu tun hast. Und ich sage dir eine Sache, Jungfrau, hier, die Energie zeigt sich sehr stark. Das ist eine auch sehr geheimnisvolle Energie, könnte man sagen. Das ist eine sehr, so eine Energie, geheimnisvolle Energie hast du hier. Aber tatsächlich. Achterstelle. Schau bitte jetzt hier, Jungfrau. Du hast hier Ratte Schicksals, neun der Münzen und die hohe Priesterin. Also sehr wahrscheinlich, äh, schh. Also, Jungfrau, tatsächlich habe ich das Gefühl hier. Ich habe das Gefühl von, schh. Niemand was sagen. Schh. Ich spüre sehr viel Glück bei dir. Sehr viel Glück. Sehr viel finanzielle Stabilität. Ich spüre hier Geld. Ich sehe Geld, was reinkommt. Sehr viel Glück. Erfolg. Das Gefühl wäre hier, äh, zum Beispiel, wenn ich was vorhabe. Also ich möchte was Neues lernen. Ich möchte in meine Finanzen, dass meine Finanzen sich verbessern. Ich möchte hier was machen für, wie gesagt, in Bezug Finanzen, Geld und so weiter. Aber darüber rede ich mit niemandem. Darüber rede ich mit niemandem. Das, was ich vorhabe, habe ich vor und nicht, ähm, und das behalte ich für mich. Ähm, also die Energie zeigt sich hier für dich sehr, sehr positiv, muss ich dazu sagen. Ich spüre sehr viel Glück überhaupt. Glück, Geld, ähm, Schicksal. Ja, also wenn du allein bist, also ich könnte auch hier eine Person sehen jetzt gerade, die allein ist. Äh, äh, nochmals, du musst jetzt schauen, äh, spricht das für mich oder eine Person, die ich kenne. Ich spüre eine Person hier, die irgendwie allein ist, äh, sehr spirituell ist, sehr viel Weisheit besitzt, sehr, ja, einen Lehrer. Ich spüre hier eine wichtige Energie bei dir gerade. Und, äh, aber eine Person, die sehr gut geht. Die Beschreibung hier von einer Person ist, mir geht es gut, ich brauche niemanden, äh, ich befinde mich in einer angenehmen finanziellen Stabilität. Also, ich rede nicht über ein reich sein oder nicht, sondern mir geht es eigentlich gut, äh, finanziell, spirituell, ich bin in meiner Balance. Ähm, und, äh, das, was ich vorhabe, was ich mache, behalte für mich. Und, äh, wir reden hier über das Schicksal für dich, über Veränderungen in deiner Energie. Gerade des Schicksals sprichst du über 180 Grad Veränderungen bei dir. Und, äh, wir reden über eine positive Energie. Jungfrau, ich weiß auch nicht. Wir schauen weiter halt, ja. Sehe ich bei dir Veränderungen? Aber natürlich, das kannst du mir glauben. Schaue bitte jetzt hier. Die Intuition, Jungfrau, vergesse nicht, du, die Intuition ist bei dir. Ich würde sagen, ich habe hier mit einer Hexe zu tun. Ja. Im Prinzip nicht in negativen Sinnen. Also, ich spüre hier eine Person, die sehr viel Intuition, äh, hat und, äh, irgendwie so eine, ja, aber, wie gesagt, sehr positiv. Was ich hier sehe, momentan ist positiv. Schaue bitte, Jungfrau, du hast in der Mitte, äh, der gehängte, äh, der gehängte, äh, der gehängte Sternzeichen Fische. Ja, ich meine jetzt, du hast den Sternzeichen Fische hier sehr stark. Das muss ich dir schon sagen. Aber sehr. Ich würde sagen, Sternzeichen Fische ist in dieser Legung wichtig. Ähm, wenn du sagst, es kommt mir eigentlich nicht bekannt, dann du hast Sternzeichen Fische in deinem astrologischen Schad und das könnte fast sicher sein. Es ist sicher hier, dass du diese Sternzeichen hast. Oder sonst, du hast mit Sternzeichen Fische zu tun. Es geht hier nicht anders. In dieser Legung nicht. In dieser Legung ist diesen Sternzeichen sehr stark zu spüren und ist sicher. 100% sicher. Oder dass die andere Person, mit der du zu tun hast, Sternzeichen Fische in deinem astrologischen Schad hat. Aber, ähm, warum ich hier das sagen muss, weiß ich nicht, aber das ist hier 100% sicher. Fische ist hier wichtig. Ja. Äh, du hast hier die Energie von Sternzeichen Fische und das ist der Gehängte. Äh, es gibt hier einen Stillstand. In der, in der, in der Energie spürt man einen, einen Stillstand. So keine Blockade, keine Kommunikation. Eine Person, die sehr viel am Nachdenken ist, sehr viel denkt. Ähm, ich spüre hier eine starke spirituelle Energie bei dir. Eine starke spirituelle Energie. Äh, die Verbindung mit unserem Universum ist da. Und am Ende, das Universum spricht ja über Energien. Ja, wir sind ja alle Energien. Äh, das heißt, ich sehe die Zeichen. Also, ich sehe die Zeichen und ich folge die Zeichen. Ich spüre hier eine starke spirituelle Energie. Ja. Die Garte der Gehängte, auch wieder mal einen wichtigen, großen Arkana, Jungfrau. Und jetzt hast du die hohe Priesterin, du hast der Gehängte und ich meine jetzt. Und du hast andere Sachen da, auf dem Tisch, die auch sehr interessant sind, ja. Du hast hier, äh, du möchtest Veränderungen. Also, der Gehängte möchte Veränderungen. Ich möchte Veränderungen in meinem Leben. Das sagt der Gehängte. Das sagt der Gehängte. Der Gehängte bekommt eine Erleuchtung, Klarheit. Durch die Gedanken, durch die Träume. Achte auf deine Träume. Du wirst, du bekommst Zeichen. Also, das ist eine starke Energie bei dir. Jungfrau, das muss ich dir schon sagen. Äh, der Gehängte. Natürlich ist hier gar keine Kommunikation und das sieht man auch mit der hohen Priesterin. Also, du hast bei dir, Jungfrau, bei dir spürt man eine Stille. Eine Stille, gar keine Kommunikation. Äh, aber die Gedanken. Die Gedanken sind da. Ja. Die Gatte, die sich hier kreuzt, ist ein Ritter der Kerlchen. Und jetzt hast du wieder Wasser-Element. Stänzagenfische. Könnte natürlich auch Krebs sagen. Aber vorerst, Stänzagenfische ist, was mich sehr stark hier, äh, ja, sagt. Also, ich sehe hier eine Kommunikation in einer Blockade. Das ist, was ich verstehe. Weil diese Karte ist ja in einer Blockade. Also, diese Karte spricht ja über Kommunikation, Versöhnung oder jirgends eine Situation und diese Karte ist in einer Blockade. Blockiert. Ja. Und rede ich hier gerade bei dir über eine Blockade? Generell so. Ja, ich rede hier über eine Blockade. Eine Blockade in der Kommunikation, eine Blockade in der Liebe, eine Blockade, ja. Kann bei dir diese Blockade hier damit zu tun haben, dass man hier irgendetwas mit Magie oder Hexereien zu tun hat? Für eine Gruppe, ja. Eine Gruppe ist skeptisch, glaubt nicht daran. Ist aber auch gut so, ja. Ich würde sagen, ist sogar besser, wenn man nicht unbedingt zu sehr daran glaubt. Weil so ist man nicht mit den Gedanken ständig da, ja, weil das ist nicht gut. Aber ich weiß, es gibt Menschen, die daran nicht glauben, skeptisch sind, es ist alles in Ordnung. Aber ich weiß, es gibt Menschen, die natürlich daran glauben, weil so wie das Gute existiert, das Böse nämlich auch. So ist das, so ist es. Und die Hexereien existiert, ja. Weil das am Ende ist nur eine energetische Manipulation. Ich meine, nur. Nur ist gut gesagt. Aber das kann manchmal ziemlich böse sein, diese energetische Manipulation. Könnte man bei dir ja das sehen, aber ich würde sagen, ja. Dass jemand dich energetisch irgendwie manipuliert hat, damit du die Liebe nicht findest. Dich mit keiner anderen Person irgendwie eine neue Beziehung anfängst. Damit du nicht glücklich in der Liebe wirst. Natürlich. Das ist deutlich, ja. Also, da muss ich nicht eine Expertin sein, um das hier zu sehen. Das sehe ich. Nochmals. Für eine andere Gruppe, wenn du daran nicht unbedingt glaubst, ist das mehr eine Blockade. Tatsächlich eine Blockade in der Kommunikation. Eine Blockade in der Liebe. Und man möchte hier Veränderungen. Die Blockade ist da. Jungfrau. Warte mal kurz. Ich hole mir ein bisschen mehr Klärung. Ah, übrigens. Übrigens, bevor ich das vergesse. Genau. Stimmts, als Fische, wie gesagt. Die ganze Zeit darüber gesprochen. Aber du hast auf diesen Würfel, Stimmts, als Krebs. Stimmts, als Krebs, und die Nummer 5. Veränderungen. Veränderungen. Und ich denke, ziemlich positive Veränderungen bei dir. Ja. Ja. Die Gerechtigkeit. Hinter den Dick. Stimmts, als ich in Waage. Die Gerechtigkeit spricht über eine juristische Situation. Die Gerechtigkeit zeigt sich, wenn eine Situation bei dir ja schon sehr kompliziert ist, sehr kompliziert war. Und diese Karte spricht auch sehr viel für Karma. Ich könnte denken, ein Karma gleicht sich hier aus. Es gibt, ja, so eine Situation bei dir, Jungfrau. Das ist eine Prüfung im Leben. Das ist eine karmische Situation. Eine Lektion. Und du wirst im Monat September wieder auf die Probe gestellt. Und diesen Satz, deine Lebenserfahrung wird auf die Probe gestellt, habe ich für den Monat September schon für mehrere Stimmzeichen gesagt. Ich glaube, Wassermann sogar. Das ist momentan Karma-Zeit. Ja, ist Karma-Zeit. Von da aus, natürlich wird unsere Lebenserfahrung auf die Probe gestellt. Wir werden immer wieder geprüft. Wir werden, ja, die Lektionen sind da. Haben wir die Lektion gelernt? Super, wir kommen in die nächste Stufe. Haben wir die Lektion noch nicht gelernt? Und ich brauche eine bestimmte Erfahrung nochmals zu wiederholen. Okay, ich wiederhole die Erfahrung, macht nichts. Ich mache ja, ich irre mich ja dabei nicht. Ich brauche die Erfahrung. Von da aus ist alles in Ordnung. Ja, und ich brauche ein bisschen mehr Zeit dann in der Entwicklung, in diesem Prozess, brauche ich dann ein bisschen mehr Zeit. Und es verzögert sich dann. Ja, deswegen kommen manchmal die Fragen, ja, warum dauert es so lange? Warum nimmt das so viel Zeit? Ja, weil wir werden ständig, ja, auf die Probe gestellt. Und entweder bestellen wir die Prüfung oder wir bestellen die Prüfung nicht. Und wenn wir die Prüfung nicht bestehen, brauchen wir doch Zeit. Ja, so viel Zeit das Universum will. Weil am Ende, Zeit existiert ja nicht. Die Zeit existiert nicht nur für Menschen, aber sonst. Und deswegen kommt es für uns so viel Zeit vor. So ungefähr, es nimmt eine Ewigkeit. Aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Augenblick, bitte, Jungfrau. Stinzach und Krebs. Tatsächlich. Stinzach und Skorpion. Du hast hier Fische, Skorpion und Krebs. Ja, Wasserelement sehr stark sogar. Die Arbeit sieht man, ja. Die Karriere, die Arbeit sieht man. Zweite Kerlchen sieht man. Ich spüre hier, ähm... Eine interessante Situation. Schau mal bitte jetzt, ähm... Jungfrau. Du hast in der Mitte, die Karte der Gehängte. Äh... Äste Schwerter. Äste Schwerter zeigt sich bei dir gerade zweimal. Oder so, ja. Also mehrmals. Zweite Äste Schwerter und die Karte, diese Karte von mir. Auf dieser Karte siehst du einen Wagen. Das ist ein Wagen und viele Menschen in diesem Wagen. Äh... Das ist halt ein Wagen, ja. Ein Auto. Äh... Das ist die Karte der Wagen. Das ist Nummer sieben. Ähm... Das Sprichverständnis ist ein Krebs. Und, äh... Ich spüre hier natürlich mit Äste Schwerter. Und diese Karte, ich spüre schon eine Entscheidung. Entscheidungen sieht man hier. Äh... Ich bekomme Klarheit. Also... Jungfrau. Wirklich. Ich spüre hier so eine starke Energie bei dir. Vom Licht. Ja. Das ist irgendwie... Licht und Klarheit. So ungefähr. Mein Gott. Ich seh... Ich seh das alles. Ich seh jetzt. Wirklich. Das ist das Gefühl, was ich bekomme. So ungefähr. Ich war blind. Aber ich war wirklich blind. Ich hab nichts sehen können. Wortwörtlich. Und plötzlich mache die Augen auf. Und ich seh... Das ist das Gefühl hier bei dir gerade. Das ist das Gefühl bei dir gerade. Ob du das Gefühl gerade schon hast, was ich dir gerade so sage. Oder ob das jetzt nur jetzt im Monat September doch wird. Aber wenn ich dir sage, dass das mein Gefühl ist, dass du plötzlich von einem Traum, von einem Traum aufwachst und sagst, Mann, ich seh jetzt alles klarer. Das ist das Gefühl hier. Ob du Entscheidungen treffen möchtest oder nicht. Ob du irgendwie... Was... Ja, egal was. Also für alles wirst du viel Licht haben. Viel Klarheit. Das ist diese Kombination für mich. Das ist diese Kombination für mich. Und ich rede hier auch über was... Dass du in manchen Fällen was Neues machst. Was Neues... Neue Anfänge. Ich spüre bei dir neue Anfänge. Und sicher. Also hier gibt es gar keinen Zweifel. Also in dieser Kombination, die ich hier habe für dich, Jungfrau, reden wir nicht über Zweifel. Über irgendwie... Ich bin mir nicht sicher. Ne. Ne, 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 ne. Hier reden wir über Sicherheit. Über... Ich habe gar keinen Zweifel in dem, was ich machen möchte. Was ich neu anfangen will. In dieser Reise, die ich machen möchte. Diesen neuen Beruf. Meine... Egal was. Weil hier könnte ich über alles reden. Ja. Also ich könnte hier über alles reden. Und du kennst ja deine Situation. Deine Situation ist anders als meine Situation von da aus. Für dich spricht es für eine Sache. Für mich spricht es für eine ganz andere Sache. Aber was ich hier sehe, ist tatsächlich... Achte auf deine Träume. Du bekommst Zeichen. Du wirst geführt. Es gibt hier eine Erleuchtung. Ich würde sagen, ich rede hier über eine Erleuchtung. Und viel Licht und Klarheit, um Entscheidungen zu treffen. Starke Energie hast du. Schau mal bitte, mit unserem Ritter der Kerlchen bekommst du Aste Münzen. Hier gibt es einen Aste Münzen. Achtung hier. Und von meiner Karte kommt, lass uns mal die Welt retten. Lass uns mal die Welt retten. Hier steht das Wort Welt. Hier sehe ich das Wort Welt. Die Welt. Ja. Und du hast auch die Karte der Wagen in der Mitte. Der Wagen und die Welt. Eine geografische Distanz. Egal zu was. Zu einer neuen Arbeit ich anfangen möchte. Ich möchte mich beruflich erweitern oder verbessern und so weiter. Beruflich. Und das heißt für mich, ich muss umziehen. Ich muss woanders leben. Es gibt einen Umzug hier. Ich unterschreibe einen neuen Mitvertrag. Ich unterschreibe einen neuen Arbeitsvertrag. Es gibt hier eine wichtige Unterschrift für mich im Monat September. Achtung hier. Es gibt hier eine starke Energie bei dir, Jungfrau. Ja. Gut. Diesen Ritter und diesen Aste Münzen ist bei dir in einer Blockade. Diese Person sagt dir, lass uns mal die Welt retten. Ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Ich möchte mit dir alles haben. Ich möchte mit dir alles haben. Ich bin in dich verliebt. Ich möchte dich heiraten. Ich komme mit einem Geschenk. Ich bringe dir den Ring vorbei sogar. Ich möchte mit dir alles. Ich möchte mit dir die Welt retten. Ich möchte mit dir die Welt retten. Diese Energie ist in einer Blockade, Jungfrau. Warum ist die Energie in einer Blockade? Ja, weil ich dir ja gesagt habe, dass du in manchen Fällen auch mit mancher energetischer Manipulation zu tun hast. Energetische Manipulation heißt, eine Person hat dich mit Magie oder Hexereien manipuliert. Ja, diese Manipulation ist da. Die Sache ist, dass das verschwindet. Das ist, was ich dir sagen möchte. Das verschwindet. Ja. Du warst blind. Du hast diese Situation nicht sehen können. Diese neue Möglichkeit, dieses neue Angebot. Ja, und wir wissen ja, für dich ist die Liebe, für mich ist die Arbeit. Dieses neue Angebot hast du nicht sehen können. Weil du ja manipuliert warst. Du warst unter Manipulation. Und im Monat September bekommst du einfach, das dritte Auge geht auf bei dir. Und du siehst alles. Plötzlich wirst du wach. Starke Energie, Jungfrau. Schaue bitte jetzt in deine Unbewusstheit. Hast du sechste Münzen? Das ist dieses Geben und Nehmen. Begleitet mit der Hierophant. Ich spüre hier eine Behörde. Ich könnte hier, ich könnte natürlich hier auch mit Dokumentation, über Dokumentation, Bürokratie, Papieren, die ich erledigen muss. Und solche Sachen, was mit der Bürokratie zu tun hat. Eine Behörde, ich warte auf Geld. Und die Karte der Tod. Von meiner Karte kam diese Kira, Jungfrau. Diese ist, du siehst, das ist für mich wie die Karte der Tod. Diese Karte sind ja von mir. Also hier hast du Ständzeichen Skorpion. Ja, haben wir ja gesagt. Skorpion, Fische, Krebs. Obwohl du siehst, der Stier ist auch da. In deiner Unbewusstheit ist das für dich Arbeit jetzt? Es kommt eine Transformation. Die Karte der Tod spricht ja über eine Transformation. Eine Transformation. Ja, eine Transformation. Manchmal ist das sogar unglaublich. Warum ist das unglaublich, Jungfrau? Weil du hast ja Rateschicksalstam. Also plötzlich, plötzlich, so wie das Leben ist, Wunder geschehen. Wunder geschehen tatsächlich. Weil wir uns in dieser Energie befinden. Wir befinden uns in dieser Dimension, wo Wunder geschehen und wir glauben und vertrauen. Und das Rad fängt sich an zu bewegen, in die andere Richtung. Und das ist plötzlich. Das erwartest du ja nicht. Und das, was du dachtest, es ist unmöglich, das, was du dachtest, nein, es wird nie passieren. Plötzlich verendet sich und transformiert sich wie ein Wunder. Und wie ein Wunder, deine Energie ist magisch. Ich sage dir, ich spüre hier Magie, Vollmagie in der Energie. Wie ein Wunder geschehen, kommen Segnungen vom Universum. Aste Kölnchen. Wir reden über eine Segnung, wir reden über ein Geschenk. Du hast Aste Schwerter, Aste Münzen, Aste Kölnchen auf dem Tisch. Ich rede über neue Anfänge. Du hast, von diesen Orakeln hast du die Karte, den Zyklus, einen Zyklus und neues Leben. Neues Leben. Neues Leben. Puppe der Stäbe Diese Puppe der Stäbe, du siehst, ist sehr erfolgreich. Wir reden hier über eine Energie, die erfolgreich ist. Und das ist diese Puppe der Stäbe. Diese Puppe der Stäbe hier unterschreibt sogar Autogramms. Es gibt hier eine neue Leidenschaft in deiner Energie. Neue Leidenschaft. Ich sage neue Leidenschaft und wir können über alles reden. Eine neue Person, eine neue Leidenschaft mit deiner Arbeit, was mit deiner Arbeit zu tun hat. Eine neue Leidenschaft, du treibst mehr Sport, wie auch immer es sei. Ich spüre hier eine Situation, die dich glücklich macht. Und schaue bitte jetzt hier. Extra Glück. Als ich deine Leidenschaft angefangen habe, schon mit diesen drei Karten, ich möchte nur, dass du die Synchronisierungen siehst, damit du merkst, das ist alles verbunden. Als ich mit diesen drei Karten angefangen habe, Jungfrau, habe ich bei dir schon über Glück gesprochen, bevor ich diese Karte gesehen habe. Also von da aus, was ich dir nur damit sagen möchte ist, das ist bestätigt hier. Das ist für mich eine Bestätigung. Extra Glück mit der Puppe der Stäbe und als der Kerlchen. Ich spüre bei dir sehr viel Erfolg. Eine erfolgreiche Energie. Viel Glück auf jeden Fall. Und du rechnest mit dieser Situation nicht, ich denke, weil du hast Rates Schicksals hier. Das Gefühl bei dir ist, Jungfrau, dass du hier eine Energie hast wie Tag und Nacht. Das, was du vorher nicht sehen konntest, wirst du besser im September sehen. Wenn wir hier über energetische Manipulation reden, egal ob das jetzt mit Eifersucht, Neid oder sonst doch Hexereien oder Magie, weil das existiert, das ist eine Tatsache, das ist Fakt. Ich meine, das ist nichts Neues. Das ist ja uralt. Uralt. Also von da aus, das verschwindet. Das verschwindet in deine Energie. Es gibt hier eine Energie von Tag und Nacht bei dir. Schau mal in deine Vergangenheit, deine Vergangenheit heute für dich bin ich. Es kommt jetzt darauf an, wenn du das Video hier anschaust. Und ich bin ja deine Vergangenheit. Was meine ich damit? Diese Energie kann noch bis Ende August jetzt sein. Du hast hier nochmals Aste Schwerter und es kann jetzt wahr sein, oder? Aste Schwerter hast du in der Mitte der Legung als Thema für den Monat September. Und Aste Schwerter zeigt sich wieder jetzt. Also das heißt, du bist in dieser Energie von Licht und Klarheit. Achtung hier. Aste Schwerter sprichst du über neue Anfänge und ja, wir reden bei dir über ein neues Leben, neue Anfänge. Das kann alles heißen. Alles heißen. Ich ziehe um. Das ist für mich schon ein neuer Anfang. Ich ziehe um. Das ist für mich eine neue, eine wichtige Unterschrift. Für nochmals. Egal worüber. Das ist eine wichtige juristische Situation. Es kommt hier eine Kommunikation. Eine E-Mail, eine Post. Begleitet mit der Magie. Tja, über Magie reden wir die ganze Zeit. Bei dir, Jungfrau. Und ich weiß, wir sind viele skeptisch da. Wie gesagt, ich finde es auch sogar besser so. Nicht, dass man, ja. Manchmal ist es besser, wenn man nichts sehen kann. Tatsächlich ist es tatsächlich wirklich, wenn man nicht alles so richtig sehen kann, ist es sogar manchmal besser. Aber klar, das Leben ist tatsächlich keine rosa Farbe. So ist es. Positiv bleiben immer. Auf jeden Fall. Ja, einfach nicht, nie aufgeben. Immer, ja. Aber das Leben ist keine rosa Farbe. Nein, das wissen schon wir mittlerweile. Von meinen Karten kam diese Karte Fight. Kampf. Ja, die Übersetzung sprichst du einen Kampf. Du siehst, auf beiden Seiten der Karte sind zwei Menschen, die kämpfen. Das ist Kampf mit der Magier. Ist eine Manipulation. Ist eine Manipulation. Ist Neid und Eifersucht. Das habe ich dir ja vorher gesagt. Weil für mich, diese Karte ist wie fünfte Stäbe. Diese Karte ist die Energie von einem fünften Stäbe. Und die fünfte Stäbe sprichst du andere Konkurrenzen. Konkurrenzen. Menschen, die das Gleiche machen wie ich, zum Beispiel. Menschen, die die gleiche Arbeit haben wie ich. Menschen, die, nochmals, meine Konkurrenzen sind und sogar über Neid spricht. Konflikten. Konflikten, ja. Mit diesen Menschen. Manipulation. Hier der Magier und fünfte Stäbe. Klare Manipulation. Aber, dann kommt natürlich erstes Schwerter. Und erstes Schwerter spricht über einen Schluss. Ich, ich mache hier einen Schluss mit Manipulationen. Menschen, die manipulieren wollen. Die mir versuchen zu überzeugen. Ich versuche, dich zu überzeugen über eine Situation. Erster Schwerter. Du hast hier eine starke Energie. Jungfrau, du hast die Gerechtigkeit. Zweimal hast du Schwerter, wie wir gesehen haben. Also, du merkst hier eine Kiyora. Wir reden bei dir und sechste Münzen. Wir reden bei dir über eine Gerechtigkeit. Das ist das Wort hier. Eine Gerechtigkeit. Eine göttliche Gerechtigkeit zeigt sich in deiner Energie. Eine göttliche Gerechtigkeit. Warum? Weil du hier eine ziemlich, sogar ich würde sagen, eine ziemlich böse Energie hattest. Eine starke Energie vom Glück hast du bei dir, Jungfrau. Nicht, weil ich hier mir was vormache. Ich habe dir ja die Karten gezeigt, oder? Zwilling, Jungfrau wie du, Stia. Waage. Ja, und Wasserelement. Deine Zukunft. Deine Zukunft zeigt sich einen Zehntenschwerter. Diese Karte in dieser Illustration ist für mich positiv, weil diese Karte zeigt nicht eine Person, die leidet. Diese Person liegt nicht auf dem Boden mit Zehnschwertern auf dem Rücken. Diese Person ist aufgestanden und gibt nicht auf. Diese Person macht weiter. Wir reden hier mit dieser Karte über eine Wiedergeburt. Das ist eine Karte, die sagt, ich mache weiter. Ich mache weiter. Ich stehe auf und ich mache weiter. das ist das Gefühl hier von einem Ja, ich spüre hier die Energie von Erzengel Michael bei dir. Ja, eine Person, die kämpft und weitermacht. Das ist die Energie hier, Zehntenschwerter. Diese Person gibt uns den Rücken und macht weiter. Das sind die Gedanken, das ist ein Schluss damit. Schluss mit den Gedanken. Gedanken, die uns ständig durch den Kopf gehen und eigentlich nicht helfen. Also, Zehntenschwerter plus vierte Stäbe und it's up to you. It's up to you von mir, von meinen Karten. Sag dir, du entscheidest, was du jetzt machst. Du entscheidest. Hier ist vierte Stäbe. Vierte Stäbe sprichst du über deinem Zuhause, ja, unserem Zuhause plus Zehntenschwerter. Also, natürlich könnte ich hier bei dir über einen Umzug reden, Jungfrau. Das kann perfekt ein Umzug sein und diesen Umzug sehen wir bei dir die ganze Zeit hier. Gut, ich meine jetzt Zehntenschwerter, vierte Stäbe is up to you. Du entscheidest, sagt diese Karte. Wir schauen jetzt weiter. Ich hole mir ein bisschen mehr Erklärung hier für diese Karte. Jungfrau. Schau bitte in deine Gefühle. Hast du neun der Stäbe? Neun der Stäbe ist auch eine Person, die du siehst, neun der Stäbe macht hier eine Wand, schützt sich. Eine Person, die auch es nicht leicht gehabt hat. Du hast hier die Karte der Mond. Die Karte der Mond, sprichst du über eine Ungewissheit. Eine Ungewissheit und weißt du warum eine Ungewissheit, Jungfrau? Weil, wenn man was Neues anfangen möchte, wenn ich woanders will, was Neues anfange und so weiter, ich weiß nie, was kommen wird, was es wird, weiß ich ja nicht. Ja, aber das kann über was Neues reden. Und von mir kommt die Karte hinhören, die Ohrenspitzen, lauschen, zuhören und horchen. Diese Karte, diese Karte plus die Karte der Mond, sagt mir, dass etwas werden wir erfahren. Es kommt etwas, was wir erfahren. Eine Situation, die ans Licht kommt. Also hier könnten wir wirklich darüber reden. Etwas kommt hier ans Licht, etwas erfahre ich. Jungfrau, deine Energie zeigt sich extrem geheimnisvoll. Das muss ich wirklich betonen. Ich weiß, ich habe das vorher gesagt, aber ich muss das betonen. Ich würde sagen, diese starke Ungewissheit bei dir. Mit der Karte die hohe Priesterin, der Mond, nochmals, auf das hier und diese Karte hier. Schauen wir mal weiter. Ich spüre hier die Intuition überhaupt. Die Intuition. Eine Situation wirst du hier erfahren. Etwas, was du nicht sehen konntest, wird ans Licht kommen. Schau mal bitte in deine Gefühle, was du von außen ansiehst, 10 Stäbe. Du hast 10 Stäbe, 10 Schwerter. Begleitet mit 3 Stäben. Ich spüre eine geografische Distanz bei dir, Jungfrau. Ständig. Ständig spüre ich bei dir Distanz. Distanz zu der Familie. Distanz zu einer Person. Es gibt hier eine geografische Distanz. Diese beiden Karten reden für mich nochmals über einen Umzug. Eine Reise, einen Umzug. Eine geografische Distanz. Aber du siehst, du hast hier 9. Stäbe, 10. Stäbe. Etwas erfährst du hier, kommt ans Licht. Und nochmals, diese Karte von mir, das könnte auch über die Karte der Tod reden. Nochmal, Stellzeichen, Skorpion. Nochmal Skorpion, ja. Ja, ja, also was Element bei dir? So oder so? Es ist uns schon mal klar. Also du hast hier viele Stäben auch, aber eine Ungewissheit sieht man hier. Ich denke, eine Situation kommt ans Licht. das Gefühl, was ich vorher, was ich dir vorher gesagt habe, von Veränderungen, dass der Gehengte Veränderungen möchte, das ist bei dir hier zu spüren auch. Ich möchte Veränderungen in meinem Leben. Was für Veränderungen können das sein? Ich würde gerne woanders, sogar in einem anderen Land leben oder wohnen, ja. in einem anderen Land würde ich gerne wohnen. Ich würde auch eine neue Sprache lernen von mir aus. Ich würde sogar die Sprache lernen. Das Gefühl ist da, Jungfrau, für eine Gruppe, ja. Für eine Gruppe, ja. Für eine Gruppe, ja. Nein, nein, nicht für uns allen. Unmöglich wäre das. Schau mal bitte, die nächste Kombination ist die Karte, die Welt. Ich sage es dir. Das wir hier bei dir. Und das ist sicher. Über einen Zyklus reden. Das ist schon mal sicher. Wir reden bei dir über einen Zyklus und wir reden bei dir über ein neues Leben. Sicher. Wir reden für dich über die Welt, ist oft das hier, auf diese Leerung zu sehen. Die Welt, die Distanz, wie wir gesagt haben, Internet natürlich auch, Kommunikation über Internet, mit Menschen, die sehr weit weg sind. Begleiten mit der Karte der Teufel und diese Karte von mir, diese für mich ist wie vierte Schwerter. Vierte Schwerter, weil du siehst, eine Person liegt, schläft, träumt. Eine Person träumt mit was anderes. Mit was anderes, ja. Ich träume, dass ich irgendwie woanders bin. Ja. Natürlich, Jungfrau, ich würde sagen, die Leerung kann sich immer auch für die Crosswatcher spiegeln, ja. Vorsichtig mit Internet. Ja, also, wir wissen ja, zu unterscheiden, ja. Da, immer vorsichtig mit Internet. Internet, ja. Ich meine, du bist mit der Intuition sehr stark da, von da aus, aber ja, vorsichtig, ja. Also, das möchte ich nur halt gesagt haben. Ja. Ich meine, ich spüre, du hast hier kaum Kälte. Wenn ich dir ehrlich bin, du hast kaum Kälte. Also, ich rede nicht unbedingt über eine Illusion hier, über etwas, was ich mir einbilde und das ist nur eine Illusion, das sehe ich nicht hier. Aber, ja, ich meine jetzt wegen einer bestimmten Kombination von Karten hier, dass man vielleicht mit Internet ein bisschen vorsichtig sein muss, ja. Wir wissen es aber auch, oder? Man darf nicht alles, was man über Internet liest oder sieht oder kontakten. Also, wie gesagt, da muss man schon mit den Füßen auf Erde bleiben. Ja, das ist wichtig. Schau mal bitte als Ergebnis für den Monat September für dich. Du hast die Karte, die Sonne nochmals. Also, ich weiß auch nicht. Die Sonne hast du hier zweimal. Zweimal die Karte, die Sonne jetzt. Der Mond, na ja, ist eine große Unterschiede. Also, der Mond, der Mond zweimal. Jungfrau, ja, aus irgendeinem Grund werde ich schon die Sonne gesagt haben, oder? Die Sonne steht als ein Löwe. Aber die Sonne spricht auch über Licht und Klarheit. Ich meine, der Mond spricht über eine Ungewissheit. Aber auch Sachen, die ans Licht kommen werden, ja. Du hast zweimal die Karte, der Mond, da, Jungfrau. Was ist der Element sehr stark bei dir? Begleitet mit sechs der Stäbe, sechste Stäbe. Und diese Karte, diese Karte, du siehst, da sieht man einen Magen, Magen, Darm. Reden wir hier über die Gesundheit bei dir? Für eine Gruppe von Stenzas und Jungfrauen reden wir hier über die Gesundheit. Hat das hier mit einer Darmspiegelung zu tun? Ja, Darmspiegelung. Ja, bei dir kommt oft die Karte fokussiert dich auf göttlich perfekte Gesundheit. Ja, also, das ist wichtig für Stenzas und Jungfrau. Fokussiert dich auf deine Gesundheit. Die Gesundheit ist wichtig. In dem Fall Magenspiegelung sehe ich hier. Aber, ja, Augenblick bitte. Jungfrau, spüre ich ein neues Leben bei dir? Aber sehr viel, schau mal, von Erzengel Michael kam für dich diese Karte. Deine innere Führung ist real und vertrauenswürdig. Ja, du hast hier eine Führung, hier gibt es auch einen Geist. Du wirst hier geführt und vergib dir selbst, du hast nichts falsch gemacht. Ja, habe keine Schuldgefühle, du hast nichts falsch gemacht, sagt die Energie. Achte auf deine Träume. Du wirst geführt, achte auf deine Träume und die Karte von diesem Orakel sagt, nichts wird von dieser Situation was Gutes rauskommen. Diese Karte spricht mehr darüber, also von einer bestimmten Situation bei dir, du wirst nichts Gutes dabei rausbekommen. Ja, du musst jetzt schauen, was damit gemeint wird. interessant finde ich diese Karte, Augen auf, Jungfrau. Diese Karte bekam auch Sternzeichen Krebs in KW35. Oder warte, KW35 oder was, September auch. Krebs, ich glaube Krebs, Augen auf, Augen auf, Jungfrau. die Intuition ist bei dir. Also, die Intuition ist da. Es gibt hier was Neues. Fokussier dich auch auf deine Gesundheit. Ich denke, das wirst du machen. Ich denke, ich rede gerade für die Menschen auch, die das machen werden. Darmspiegelung, ja, mehr auf sich achten, also meine Gesundheit, meine Ernährung, mein Körper, ein bisschen mehr Sport treiben. Also, ich denke, ich rede hier für diese Menschen, ja. Ich denke schon. Äußerlich und so weiter, Gesundheit überhaupt. Und das bringt dir auch Erfolg, ja. Wenn du dich um dich kümmerst, das bringt dir auch Erfolg. Aber sicher. Es ist sehr interessant, weil man denkt immer, ich muss meine Energie immer draußen richten, ja. Zum Beispiel auf meine Arbeit. Meine Energie wird auf meine Arbeit gerichtet oder auf jemanden. Aber interessant ist, eigentlich musst du deine Energie um dich richten, ja, um deine Gesundheit, Körper und so weiter. und das bringt dir Erfolg. Die Nummer 4, 4. Ja. Ja. It's up to you. Also, es kommt auf dich drauf an, es liegt an dir, was du hier machst. Aber, es ist ja klar, Jungfrau, Stellzeichen Zwilling zeigt sich hier. Es ist ja klar, dass du entscheidest. Du entscheidest, und was ich denke, was ich wirklich denke, du entscheidest dich für ein neues Leben. Du entscheidest dich für ein neues Leben. Es ist ja logisch. Sehr klar. Du fängst was Neues an. Jungfrau, du fängst was Neues an. Ich spüre hier die Energie von Menschen, die auch allein sind. Das muss ich auch dazu sagen. Menschen, die auch sehr lang jetzt allein sind. Einen Zyklus, in der sich haben. In einem spirituellen Weg sind. Das dritte Auge offen haben. Deswegen, also ich weiß, dass du bis diesen Punkt von diesem Video gekommen bist, weil du genau in der gleichen Schwingung wie ich dich befindest. Anders ist das nicht möglich. Anders ist nicht möglich, dass du mich bis hierher jetzt erträgst. Oder, dass du bei mir bist, bis diesen Punkt des Videos heißt wirklich nur, dass du in der gleichen Schwingung bist. Und das heißt, dein dritter Auge bei dir ist offen. Du bist wach. Ja, und deswegen, du wirst was Neues anfangen. Es ist ab zu you. Du entscheidest. Du entscheidest natürlich immer. Aber ich sehe das. Ich sehe, dass du hier was Neues anfängst. Warum? Weil du diese, weil du, nochmals, weil du wach von einer Hexerei, von Hexereien wach wirst. Du wirst wach. Ich weiß, das mögen manche nicht, dass ich das sage. Ich verstehe das auch. Sogar ich mag das nicht zu sagen. Aber, das ist die einzige Wahrheit. Die einzige Wahrheit. Und was kann Hexereien für dich sein? Einfach energetische Manipulation. Zum Beispiel Neid. Neid, Eifersucht. Das ist schon auch energetische Manipulation. Und wie ich immer sage, so kann man oft schlimmer, schlimmer als eine Hexereien. Schlimmer, weil das ist tatsächlich nicht gut für deine Energie. Das blockiert deine Energie, logisch. Und das ist, was ich hier hatte. Aber das hat einen Schluss. Man steht wieder auf und man macht weiter. Und jetzt kommt, es kommt die Entscheidung. Ja, ja. Es kommt die Entscheidung. Ja. 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 Ich würde bei dir sehr, sehr stark Glaub mir, ein anderes Land oder eine andere Stadt So wie es für dich jetzt in Resonanz kommt Ja, aber diese Energie zeigt sich hier sehr stark bei dir Ja, ich spüre auch vielleicht eine Person mit Altersunterschied Du hast mit, ja, zu tun Also du hast einen Altersunterschied mit einer Person hier zu tun Und irgendwie, man ist sehr analytisch hier Ich bin sehr stark am Nachdenken über diese Situation Ich spüre diese Situation hier Ja, ich bin sehr stark am Nachdenken Was ich hier mache Ich muss hier natürlich eine Entscheidung treffen Aber glaube mir, Jungfrau Mache dir heute noch keine so großen Gedanken Du wirst schon wissen, was du da machst Das spüre ich auch, ja Du wirst das wissen Weil ich spüre hier bei dir schon ein bisschen Die Gedanken, nochmals Die Gedanken Also du hast Luft-Elemente auch hier Das muss ich dir schon sagen Ja, Zwilling In manchen Fällen steht es zum Zwilling oder Aber du hast hier, die Gedanken sind bei dir sehr, sehr stark Sehr stark Ja Ähm, ja Okay Was ich denke Die Botschaft hier für dich für den Monat September Wenn ich dir ehrlich bin Äh, was Erzengel Michael dir sagt Also deine innere Führung ist real und vertrauenswürdig Äh, höre, was ich hier gerade sage Weil das ist genau die Botschaft hier Und das ist extrem wichtig Also Die heue Priesterin und die Katte von Erzengel Michael Deine innere Führung ist real und vertrauenswürdig Von da aus Bleibe dir selbst treu Vertraue deinem Bauchgefühl Bleibe dir selbst treu Äh, achte auf deine Träume Du wirst hier geführt Du wirst hier geführt und deine Energie ist eine starke Energie Es gibt ein neues Leben hier für dich Und das sehe ich auch Das sehe ich auch Du fängst hier was Neues an Von Osho 10 kam für dich Von Osho 10 kam für dich diese Karte Durchbruch Diese Karte Durchbruch Für den Monat September für dich Eigentlich Diese Karte spricht für dich als Empfehlung Halt dich fest Also das wäre hier eine Empfehlung Eine Empfehlung vom Durchbruch Also ich glaube dir nicht ist deutlich 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 Von dieser Gewöhnlichkeit ein bisschen rausgehen Nochmals die Karte der Wagen hier Diese Karte ist die Nummer 7 Die Karte der Wagen Und sprichst du bewusst Bewusstheit Dir wird es bewusst Dir wird klarer Dir wird es klarer Ich sage es dir Du wirst viel Klarheit haben Und von dieser Komfortzone Ich verstehe auch das hier so Von dieser bestimmten Komfortzone rausgehen Geh von deiner Gemöglichkeit raus Ne Bleibe nicht in der Gemöglichkeit drin Denn Denn Du wirst von der Situation Nichts Gutes dabei rausbekommen Du wirst nichts Gutes Von der Situation dabei rausbekommen Wir reden über einen Zyklus bei dir Wenn ich dir ehrlich bin Jungfrau Das ist das Gefühl hier Eine neue Mentalität Neue Ideen Überhaupt bei dir Neue Ideen Kommen hier Auf dich zu Für Ja Neue Ideen Und etwas wird sich hier verändern Du hast die Nummer 10 In der Zukunft Dann diese Karte Die Liebenden Spricht wie gesagt Über eine Entscheidung Für dich wichtig Für das Jahr Für den Rest des Jahres Du entscheidest hier etwas It's up to you Du entscheidest Du entscheidest Aber die Energie sagt hier Durchbruch Du entscheidest It's up to you Deutlich Deutlich Das dritte Auge Das dritte Auge ist offen Und ich denke Dein Fokus ist ganz woanders Dein Fokus woanders Andere Länder Andere Sprachen Einen Umzug Pläne Du hast Pläne hier Du willst ja Ich meine jetzt Deine Energie ist schon stark Jungfrau Ich empfinde es so Ich empfinde es so Ich sehe auch deine Kinder Deine Kinder hier Mit viel Glück Ja Also das Glück Was ich hier spüre Könnte sogar auch Mit deiner Familie Zu tun haben Mit deinen eigenen Kindern Wenn du Kinder hast Kinder mit viel Glück Das spüre ich ja Was ich hier spüre ist Eine Blockade Gab es hier Gab es hier in deiner Energie Die mit anderen Menschen Energien zu tun hatten Die dich blockiert Dein Glück blockiert haben Und das verschwindet Und das heißt für dich Dass das für dich verschwindet Aber auch für deine Familie Für deine Kinder Vielleicht waren deine Kinder Auch oft das krank Oder die hatten wenig Glück Irgendwie gehabt Das ändert sich Das ändert sich Das ändert sich Ich spüre bei dir Extra Glück Sehr viel Glück Sehr viel Glück Der Puppe des Stäbe Feuillelement Zeigt sich bei dir zweimal Eine Puppe des Stäbe Zeigt sich hier zweimal Eine neue Leidenschaft Ist hier schon zu sehen Das muss ich dir schon sagen Aber ja Du bist auch sehr analytisch Du bist schon sehr sehr stark Am analysieren Was du hier machst Ja das sehe ich auch Und das ist auch gut so Ich meine jetzt Das ist auch gut so Ich spüre hier Entscheidungen Entscheidungen Ja Einen neuen Zyklus Bei dir Einen neuen Zyklus Ich meine Ich muss es dir wirklich sagen Weil das ist das Gefühl Was ich bekomme hier Eine wichtige Entscheidung Das ist die Energie Für den Monat September Ich bin am Nachdenken Ob ich hier vielleicht noch was anderes sehe Aber ich denke Du hast hier Eine starke Energie Vielleicht möchtest du was Neues anfangen Vielleicht möchtest du Ein Baby Hier ist die Herrscherin und die Sonne Das sprichst du über eine Schwangerschaft Das spricht schon über eine Schwangerschaft Ja aber nochmal Ich sehe bei dir Du wirst hier schon Klarheit und Licht haben Ja Das sehe ich nämlich auch Jungfrau Du bist in einem Zyklus Also von da aus Geduld haben Geduld ist ja angesagt Geduld ist tatsächlich wichtig Und rede nicht mit niemandem Über deine Sachen Über deinen Erfolg Über deine Sachen tatsächlich Also die Empfehlung ist hier Rede mit niemandem darüber Was du vorhast Was du machen möchtest Rede mit niemandem darüber Du entscheidest was du machen willst Und ich sehe hier Erfolg In deiner Energie Aber nochmals Behalte für dich Situationen Die du machen möchtest Und Vierde Schwerter zeigt sich zweimal bei dir Ja Jungfrau Das ist die Energie Für kommenden Monat Für September Ich weiß nicht Was du hier für dich Rausbekommen kannst Weil ja Wenn ich dir ehrlich bin Ich spüre hier auch Extrem viel Geheimnis Die Gatte der Mond Die Gatte der Mond Die Gatte der Hohe Priesterin Der Gehengte hier auch Eine starke Eine starke Energie Vom Geheimnis Sehr geheimnisvoll Die Energie Muss ich schon sagen Ja Die Intuition Du wirst Schau mal Deine innere Führung Ist real Deine innere Führung Ist real Und vertrauenswürdig Von da aus Vertraue Bleibe dir selbst treu Ja Bleibe dir selbst treu Und da wo du spürst Hier ist es nicht Dann da ist es nicht Ja Weil natürlich sehe ich hier Eine dubiose Energie auch Weil du hast hier nämlich Die Gatte der Mond Und die Gatte fünfte Schwerter Ja Du hast schon hier Eine 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 dubiose Energie Jungfrau Ja Also Das ist hier zu sehen Deswegen ist Dieser vierte Schwerter Hier Vierte Schwerter Hier Und so weiter Und ja Man ist am Nachdenken Ja Man ist am Nachdenken Über eine bestimmte Situation Aber ich denke Du wirst Licht Und Klarheit haben Weil das dritte Auge Bei dir wird offen Von da aus Du wirst schon Eine wichtige Entscheidung treffen Alles was du Wo du merkst Hier ist es nicht Da ist es nicht Ja Bleibe dir selbst treu Bleibe dir selbst treu Warum Ich bin der Meinung Man soll in keine Dreierbeziehung Reinfallen Ich Ja Ich bin so der Meinung Weil das nur Karma bewirkt Ja Und könnte man vielleicht hier Sowas in der Art sehen Ja Aber das Ja Also das ist was ich denke Ich denke Man wird hier eine Entscheidung treffen Etwas Neues anfangen Aber ja Die Energie Könnte für eine Gruppe auch sagen Sei vorsichtig mit Dreierbeziehungen Oder solche Situationen Oder ich treffe mich mit dir Nur ein bisschen Spaß zu haben Und eigentlich heißt das hier Wir sind in einer Dreierbeziehung Vorsichtig Die Energie sagt nur Du entscheidest für dich Was du machen möchtest Weil klar Am Ende Ich entscheide Was In meinem Leben Was ich will Ich habe ja von Gott Einen freien Willen bekommen Von da aus Ich entscheide was ich will Du bist ja Wir haben ja auch gesagt Du bist in eine Die Gatte Die Gerechtigkeit zeigt sich Das ist ja natürlich eine Prüfung Du wirst ja geprüft Darüber haben wir vorher gesprochen Von da aus könnte auch möglich sein Dass ich in einer Situation bin Wo ich entscheiden muss Will ich in dieser Situation bleiben Bleiben Zum Beispiel Ich bin in einer Beziehung Oder die andere Person ist in einer Beziehung Und ich habe mit jemandem Hier ein Verhältnis Und das heißt nur Ein bisschen Spaß zu haben Ein bisschen mehr Sexuell Die Energie sagt dir Ja Mach das Wenn du denkst Du hast es zu machen Du willst das machen Du entscheidest Wie gesagt Du entscheidest Ja Aber vergessen nicht Wir verzögern unsere Energie Wir verzögern die Energie für uns Ja Wenn wir in solche Situationen reinfallen Weil am Ende das heißt nur Karma Und Karma existiert Menschen glauben nicht daran vielleicht Oder nehmen das nicht ernst Oder wie gesagt Wir sind ja in Matrix Und man nimmt das Ganze nicht im Ernst Ich kann das schon verstehen Aber Für die Menschen die ich hier habe Ich bin wach Ich bin wach Wie soll ich in eine Dreierbeziehung reinfallen Wenn ich sowieso wach bin Meine innere Führung ist real und vertrauenswutig Und ich möchte ein neues Leben haben Ich möchte ein neues Leben Und Situationen verlassen Natürlich Dubiose Situationen verlassen Und das ist eine dubiose Situation hier Jungfrau Das hier schon Das hier ist eine dubiose Situation Ja Und ja Dein Bauchgefühl sagt dir das auch Dein Bauchgefühl sagt dir das auch Und das ist der Grund Warum manche sogar eine Darmspiegelung machen sollten Ja Nochmals Alles Gute zum Geburtstag Wünsche ich dir Jungfrau Feiert schön Nur das Beste für dich Liebe Glück Und Ja Und viel Gesundheit Und wir sehen uns bald Jungfrau Bis dann Dankeschön für deine Likes Und deine Abos Danke Tschüss